Hallo und herzlich willkommen! Was ist unser Vorschlag für die gute Tat heute? Das ist einfach gerade jetzt zur Weihnachtszeit, wird euch auffallen, stehen auch wieder an vielen Stellen zu Straßenmaler, Straßenmusiker. Bleibt doch mal ein bisschen länger stehen, hört wirklich mal eine längere Zeit zum Straßenmusiker zu oder seht euch die Werke von so einem Straßenmaler an und gebt ihm dann ein bisschen mehr Geld, als ihr es sonst tut, natürlich nur, wenn er relativ gut spielt und das macht, aber das ist unser Vorschlag für die gute Tat heute.